So, guten Morgen, willkommen zurück. Es geht weiter, ja, in dieser immer noch schönen Mission. Boah, ich höre es schon wieder jetzt, ich kann es jetzt schon wieder hören. Nein, Moment, inzwischen, sagt sie es überhaupt noch oder hat sie es inzwischen aufgegeben, es zu sagen? Egal, ich ziehe meine Einheit mal da runter. Weil ich glaube, da unten schießt der Laser nicht so extrem hin. Hoffe ich mal. Du bist so ein dämlicher Idiot, du glaubst wirklich, der Feind schießt nicht da runter? Ja, na, aber sicher doch. Er schießt nicht da runter. Na klar. Oh Gott. Ich will meine Commander nicht verlieren, nein, das ist inakzeptabel. Deswegen ziehe ich meine Truppen mal hier runter zurück, in der wagen Hoffnung. dass es sich dann nicht zurückziehen tut, hier, technisch. Oh Gott. Wie ich diesen Satz hasse. Wie ich ihn einfach nur... Warum steht er immer noch da oben rum, mir egal. Mach da unten mal alles platt. Wie lange dauert die Forschung, der Fick noch mal noch? Oh, erst. Ich glaube, wenn danach noch ein Countdown kommt, wo ich dann irgendwie noch durchhalten muss, halten sie noch zehn Minuten lang durch, bis die Rakete jetzt ziel erreicht. Ich glaube, dann flippe ich aus oder so. Weiß ich irgendwo? Nein. Vorkommenwerf, fertig, du mir den Quallen. Oh Gott, sind da viele. Habe ich noch alle Commanders? Ich habe noch alle. Oh Gott. Warum steht hier eigentlich immer... Abschusscode der Stufe 3 geknackt. Raketenabschuss eingeleitet. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Eins zieht sich sofort zurück und du forschst jetzt. Find nur und vernichten Lenkraketen, weil es cool klingt. Und was muss ich jetzt noch machen? Was? Oh, Moment. Was ist das? Neu Turm für Artillerie-Raketen verfügbar. Äh. Taugt der was? Ich habe keine Ahnung. Kann ich den auf Einheiten draufstecken oder ist das nur so, äh... Mini-Artillerie-Raketen? Nein, die haben... Oh Gott, 12.000 Reichweite. 320 Schaden. Nicht ganz so viel wie die Haubitze, oder? Ja, wo ist denn die Haubitze? Ja, die macht 700. Wie schießt das Ding halt... Gut, immer noch nicht so schnell wie Ripple-Raketen, aber... Hm, ja, das ist halt ein... Für ultrahohe Reichweite, aber... Naja, da habe ich Fahrzeuge nie so gut wie nie... Oh Gott. Missionsteal erreicht. Uuuuh. Gott. Bin ich froh, was kommt jetzt? Missionsbesprechung beginnt. Commander, wir haben die Basis von Nexus in diesem Sektor geortet. Commander, in diesem Gebiet gibt es zahlreiche Nexus-Gebäude. Die Kernsysteme von Nexus müssen hier zu finden sein. Verwenden Sie LKWs, um in der Landezone Verteidigungsanlagen zu errichten. Starten Sie dann den Angriff auf Nexus. Wir bemerken den Einfluss von Nexus in unseren Systemen. Sie müssen Nexus besiegen, bevor unsere Systeme infiltriert und übernommen werden. Missions-Timer aktiviert. 30 Minuten. Und eins meldet. Oh Gott. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich habe 30 Minuten. Oh, scheiße. Mission 9. Mission 9, heute habe ich nicht so viel Zeit. Ja, da werden wir die Mission nicht machen. Okay. Hier fährt man da rein. Und eins fährt mal irgendwo hier rauf. Oh Gott. 30 Minuten. Wie soll ich denn das machen? Und, boah, habe ich viel Energie. Scheiß die Wand an. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde sie brauchen. Denn ich habe so gut wie gar nichts mehr. Baut mal schnell noch ein Forschungslabor, bevor ich losfliege hier da. Okay, wo ist mein... Okay, die sind alle im Schrott, ne? Ja, das sind alle totaler Schrottmüll. Geil. Richtig, richtig geil. Obwohl, es sind gar nicht alle Schrott. Du bist doch kein Schrott, also erst mal eingeladen. Kann ich dich auch irgendwie abweisen? Oh Gott, ich muss ja erst mal reparieren. Konstruktion abgeschlossen. Ja, du, komm. Ja, du musst auch erst mal repariert werden. Du wirst zuerst repariert. Hier rüstet das Ding mal auf. Anschließend baue da wieder ein paar Kraftwerke hier. Äh, Kraftwerke, genau. Von wegen Ölquellen. Ich baue Kraftwerke auf die Ölquellen. Konstruktion abgeschlossen. Dann brauchst du mal da drüben noch welche. Oh Gott, hoffentlich sind da nicht noch mehr feindliche Einheiten. Ja, das werde ich sehen. Was brauche ich noch? Äh. Das ist da. Keine Ahnung, ob es taucht. Ja, eins fällt jetzt erst mal da weg. Komm. Ich sei jetzt nicht mehr wichtig. Eins fällt also mal da rauf. Kann ich irgendwie nur den Commander auswählen? Was passiert, wenn ich da klicke, dann fahren wir alle da rein, ne? Ja. War ja klar. Boah. Die spinnen doch. Ihr sollt da reinfahren. Komm, zieht euch nicht so. Was? Was hat ihr da jetzt eingeladen? Nochmal ausladen, Jungs. Ey, ihr seid sogar halbwegs in Ordnung. Nehm ich euch mit. What? What? Was macht denn ihr da? Was zur Hölle macht ihr? Habe ich gesagt, ihr sollt eingeladen werden? Werden wir neu? Okay, eins fällt da jetzt rein. Hoffentlich kommen da jetzt keine Feinde mehr. Naja, gut. Hoffentlich ist das dann die letzte Mission. Lass dich reparieren. So, dich lade ich ein. Euch lade ich alle nochmal aus. Moment, Moment, Moment. Ich habe hier noch Elite-Einheiten, sehe ich gerade. Also lade ich doch die erst mal ein. Äh, Elite-Einheiten. Hero-Einheiten. Heroes first. Konstruktion abgeschlossen. Oh, komm, lass dich reparieren. Oh, komm, lass dich reparieren. Komm, eins. Bildet ein. Wie kann ich den Einzelnen auswählen? Gibt es da eine Möglichkeit? Wahrscheinlich nicht. Kann ich irgendwie nur dich auswählen? Sieht schlecht aus. Oh Gott, das heißt, ich muss jetzt irgendwie schaffen, nur mein Kommand... Nein, ihr... Ach, ihr seid doch selten dämlich. Ich habe doch schon längst weggeklickt, ihr... Das wird jetzt eine Arbeit, die da alle reinzukriegen, so wie sie rein sollen. Raus mit euch. Habt da drin nichts zu suchen. Dumm Arschgesichter. Was bist du denn, Hopf oder nein? Rein mit dir. Der Rest fliegt gleich wieder raus. Du fährst als nächstes rein. Boah, macht Platz. Alles klar, das wird nichts. Nein, du fährst da rein. Oh, Vater. Nein, sie fahren aber auch nicht weg, ne? Nein. Hallo, du sollst wegfahren und so. Du auch. Erpiss dich. Oh, wie verpisst euch da jetzt mal alle. Nein, nicht du. Du lässt dich reparieren. Und wo war... Da war doch eben Elite da. Du fährst jetzt auch mal daher. Boah. Ich hoffe, danach kommt nichts mehr. Baut mal auf ein Kraftwerk hier. Auch wenn's wieder zerrissen wird. Das ist mir dann egal. So, ihr da fahrt jetzt alle mal... ...darunter. Außer dir. Du kommst daher und du... ...du bleibst auch schön da. Und warum früchte die Framerage wieder so ewig ein? Vielleicht wird's jetzt besser. So. Falls ich's noch irgendwo Energie find. Äh, da gab's noch noch mehr Ölquellen. So, wo ist denn jetzt mein Commander? Du sollst doch da rauf fahren, hab ich gesagt. Und wo ist meine Hero-Einheit? Ich hatte auch da eben eine Hero-Einheit in der Hand. Hopp, fahr da her! Warum ist der Transporter schon wieder voll? Samma, wolle ihr mich eigentlich verarschen? Oh nein, jetzt hab ich ihm zugewiesen. Ach, Vater, nein. Hopp, nein mit... Ach. Raus mit euch! Wo ist jetzt mein Commander? Da ist mein Commander. Fahr rein, als erster, komm! Na, also. Und der Rest von euch fährt jetzt mal alles dahin. Dahin fahrt ihr jetzt mal alle. Gott! Die meiste Zeit verbrauche ich hier irgendwie Struktur reinzubringen. Oh Gott. Hoffentlich wird die Zeit verlängert, sonst kotze ich. Aber irgendwie wundert mich das jetzt, dass die Map... Also... Dass nicht hier nochmal irgendwie riesig vergrößert wird und da dann die letzte Schlacht ist und der Feind wieder praktisch direkt vor unserer Haustür sitzt und wir ihn nicht gesehen haben. Also, so wie es halt immer war vorher. Also zumindest mit den V2Ls war es ja so. Hier fahrt man da runter. Ich nehme jetzt nur noch meine Heroes mit. Weil ich brauche richtig Feuerkraft, glaube ich. In der letzten Mission brauchen wir noch keine Feuerkraft. Was erzählst du schon wieder für ein Unsinn? Wie viel kann ich denn überhaupt mitnehmen? Nicht so viele, ne? Ich habe gespeichert, naja. Gut. Dann kann ich solche Schätze jetzt ja mal machen. Aber ich habe sauviel Energie bekommen, muss ich sagen. Gefällt mir. Und hier baut man noch zwei Forschungslabore auf, bevor ich losfahre. Und dann machen wir gleich fünf. Hallo? Bau dir jetzt mal? Hallo? Oh, ich fahr das doch dann auf. Wie toll. Äh, Moment. Du warst noch... Du warst noch, Hero. So, Heroes fahren jetzt erstmal alle da rein. Und dann kann ich ja aussuchen, was ich mitnehme. Oh Gott. Ich hoffe wirklich, dass die Zeit nochmal irgendwie verlängert wird. Weil sonst kriege ich das große Kotzen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Okay, sonst ist es... Das waren dann alle Veteranen-Einheiten. Hm, Pulslaser. Konstruktion abgeschlossen. Was muss ich denn noch klicken? Magnetgeschütz. Gut, so viel brauche ich schon aber doch nicht. Aber egal. Es kann jetzt schaden, noch ein paar zu bauen, auf jeden Fall. Damit ich noch ein wenig Energie bekomme. Weil ich weiß nicht, ob ich nochmal hierher zurückkomme. Konstruktion abgeschlossen. Klingt für mich ein bisschen nach... Jetzt kommt das Ende. So langsam dann, ne? Du weißt. Dann wird das gleich so richtig in Stücke geschossen. Konstruktion abgeschlossen. Upgradet mal die Dinger hier. Dann schau ich mal. Dich brauche ich erst mal überhaupt mehr am Anfang. Das sind alle Hero-Einheiten. Ich hatte doch mal irgendwie noch mehr, oder? Ja. Ich hatte. Wohlgemerkt. Ich hatte. Kommt mal da her und lasst euch reparieren. So, also dich nehme ich. Dich, 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 dich und dich. Und dann schau ich einfach noch, was übrig ist. Upgraden. Boah, ich hoffe wirklich, dass die Zeit verlängert wird. Weil sonst wäre das unangenehm. So, die ist halt voll. Ja, passt die leider nicht mehr rein. Aber Gebäude werde ich am Anfang eh erst mal weniger zerstören, denke ich. Konstruktion abgeschlossen. Und wir speichern nochmal. Irgendwohin. Könnte vielleicht da noch irgendwo Energie... Nee, glaube ich eher nicht. Denk nicht. Ich hoffe einfach mal, dass die Zeit dann verlängert wird, wenn ich eintreffe oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal das Beste. Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber egal. Es passt schon. Positiv. Positiv denken. Was ist denn abgeschlossen worden? Oh, ich kann nichts mehr erforschen. Das ist alles. Boah, ihr seid geizige Arschlöcher. Aber wir haben vielleicht neue Videos, eh? Ah ja. Lenkraketenverbesserung aus Schare. Das steuert auf diese Zuggenauigkeit von Lenkraketen. Ah, ich habe gedacht, dass das irgendwie... ...ne Waffe ist. Klang irgendwie wie eine Waffe. So, finden und vernichten Waffe. Ja, wir finden und vernichten sie mit einem Schuss. Ha, 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 ha. Yeah, Rakete voll in die Fräse und dann... Boah, warum habe ich so niedrige Framerates schon wieder? Das ist nicht lustig. Das muss ich überprüfen.